Den Verschluss einstellen bei TopTanz Tanzschuhen TopTanz Tanzschuhe besitzen einen praktischen Druckverschluss. Sie müssen die Schnalle somit nur einmalig einstellen. Lösen Sie dazu das Riemchen aus der Schnalle. Anschließend drücken Sie den Dorn in ein passendes Loch. Falls Sie ein zusätzliches Loch benötigen, kann es einfach mit einer Lochzange erstellt werden. Fertig. Sie können die Schuhe jetzt wieder anziehen.